Darf ich mir vorstellen, Zlatan Ivarimović. Ich lobe ungern, aber ja. Wir schmecken, ey. Sports is in the game. Stravigna, ey. Digga, ich mach 290. Ich bin auf jeden Fall 90 wert, Minimum. Immer der 3! Ich hab OC 99. 18 Pflichtspieltore. Was soll er denn noch machen? Was soll er denn noch machen? Ich bin ein großer, aber ich bin schnell. Handlungsschnell oder schnell müde. 85? 85. Bis 90, ne? Spezialbewegung muss ich 5 Sterne haben, ganz klar. Kann man schon bis 90 gehen, auf jeden Fall. Ça va! Meine Stärke soll 84 sein. 85 bitte. Weil ich bin Papa. Meine Gesamtstärke bei FIFA sollte an die 80 kratzen. Eine 77 ist ganz ordentlich. 78 würde ich sagen. Würde ich sagen, ist okay. Ich hab mir eine 83 gegeben. Ich glaub schon, dass ich eine 81 verdient hab. Ja, 90. Können wir wieder reden mit 80 da drauf. Die 86 hätte ich gerne davor stehen. 85. 80 wäre schön. 65. Ich hab mal 75 eingetragen. Ich würd gerne mehr an die 80 kratzen. 73? 87. Da müsste man nur mal 5 Punkte draufhauen. FIFA 17 muss von Top-Leuten entwickelt worden sein, weil bei mir stimmt die Zahl zu 100 Prozent. 72. 2 0.